Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Wo ist denn überhaupt die Base? Rechts, da. Ja, geradezu schnauze vorne. Wartet doch! Er wartet immer nicht. Ich habe genug Stoff. Instant runter auf 100.000 Meter Entfernung. Und, naja. Wo willst du denn hin? Da direkt in die Tür. Direkt in die Tür rein. Die Doppeltür. Da ist aber es die eine. Also, eine Rakete bitte auf die Tür. Ja, ist okay. Mach ich. Vorsicht. Ja, mach. Unten sind Türen. Online-Raid. Off- ja, online. Da, ich schau, nach. In der journalsATel. Yea, da. Ja, ich schau, nachfolge. Moin und willkommen bei Staffel 29. Ich bin nicht gut gelaunt, denn ich bin müde. Mit Folge 23 und mit Energetics und mit Warpik. Hallo. Ich bin sehr müde. So, wir wollen jetzt raiden. Wir wollten gestern eigentlich schon raiden. Den Typ im Schnee wie... Hatten wir das aufgenommen, Annie? Nee, ne? Glauben nicht. Haben wir da was erzählt drüber? Glauben nicht. Nee, nur einmal ganz kurz. Gut, wir waren verarmt, Annie und ich. Dann hab ich da... Und ich würde ein Trossi beschossen beim vorbeifliegen. Bin hingeflogen, hab gesagt, I raid you. Dann hab ich Annie abgeholt wieder. Dann hab ich den Typen gesehen, hab mich erschossen. Dann kam man zurück, hat uns erschossen, mich erschossen. Dann hat Annie den verscheucht und erschossen. Dann bin ich wieder zurückgekommen und dann hat er mich gelootet und Annie ist abgebaut. Damit der... Ja, auch den illegal cloud. ...stuff save us. Genau. Und dann wollten wir ihn raiden, aber es war alles gestern zu spät. Boah, schluck auf. Ey, meine Stimme geht auch schon weg. Nee, da haben sie keinen. Ja, wat ist neu berast? Update, Wetter, huhu. Doch, schluck auf. Und Halloween. Halloween und... ...Regen und... ...Blitz und... ...Stanner und... ...Nebel. ...möglichen Scheiße. So. Naja, obwohl. Und es ist ganz lustig. Hier, der kleine Scheißer vor mir, der wollte Handschuh kaufen gehen. Und ich hab gesagt, ich verliere den Handy aber nicht. Oh, ich hab ein vieler Ping. ...Boom. So viel zum Thema, naja, ne, Hedi. Deswegen flieg ich jetzt, ne? Kurz vor dem Raiden hier. Kurz vor dem Raiden war das. Aber es war ja eh dunkel. Ah ja, er meint ja, da lebt hier S17. S18. Ja, war auch... Ja, S18. Ach, wo die das direkt nebeneinander haben. Macht mal mit Lack denn, ich bin jetzt alleine. Weil ich muss mit welcher rumgekommen, hoff ich. Ich dachte, ich soll ja alleine bleiben. Hm, was? Ach so. Brauchst du nur auf die Base? Rechts, da. Geradezu, Schnauze vorne. Oh, wartet doch. Er wartet immer nicht. Ich hab genug Storch. Instant runter auf 100.000 Meter Entfernung. Und, naja. So, ich mach mir hier mal meinen Schlafsack. Das ist noch ne Putz, dann stand Putz daneben. Das ist die Frage. Okay, den fuck ich erst mal weg. War das nicht neuer Base gebaut, der Arsch? Na egal, mach mal Peter. Wir haben ja nicht keinen großen Handy gekauft. Weil der 1.000 kostet. Uh, ob wir nur 750 verschenken oder... 1.000 ausgehen. 1.000 sind mit 2.250, glaube ich. Kostet die Welt. Ich guck mal. Aber wir haben's ja. Genau, wir haben's. Aber wir haben's 4.000. Ist da deine große Putz da neu entstanden? Nein, rechts davon. Das ist ja noch kleine Metall... Oh, hier ist ein neuer Prozentsstand. Direkt unter mir, wo ich gerade bin. Ja. Mit dem Ofen an der Seite. Äh, aber die Steinbase hat kein Dach nebenbei, ne? Hm. Also, nur der innere Kern hat ein Dach. Ja, so sah die doch im letzten Jahr auch schon aus. War ungezwungen? Kann ja sein. Oh, nee. Oh, nee. Ich schnitzel ja, ich hab's mir gar kein Bock drauf, ey. Ich geh mal ein bisschen näher hier zu Basen. Guck mal an. Die Steinbase. Am Denk an Schlafsack liegen, ne? Hab ich schon. Mit Stash vor Raketen und sie drin sind. Hat sich jetzt zumindest einer aufs Dach gebaut mit Twig. Mal gucken, ob die anderen, die von den Raidgästern noch online da, äh... Also doch, äh, er hat Dach, aber die Base am Decayen nebenbei. Boah, die Steinbase hier. Äh, 330er B. Kenner, ey. Jetzt will ich wissen, ob der da drin hockt oder ob der da nebengezogen ist. Äh, wie gesagt, hier ist alles am Decayen. Alles. Boah, ist da die Tür. Weil Stein und alles. Also, da brauchen wir halt eigentlich nicht Raiden, sondern einfach nur das taktische Wartespiel spielen. Und die ist weg. Die ist weg, ja. Dann pass mal auf, wenn... Ja, aber da ist eine neue Base. Sorry, wir haben schon 5. Ich schon, 5? Ja, da ist eine neue große Base, als wir heute auf Cargo waren. Haben wir die gesehen. Also hier links. Oder hier. Stand 5, Stand 6, sind wir da. X5, wo ist denn Y? Weg daneben. Ja. Hm. Also bei der Metallbase ist eine Metalltür auf. Aber ich gehe mal nicht näher dran. Schau doch mal auf, oder? Auf, weg, oder auf, auf? Äh, also auf, auf. Ich sehe sie durch die Wand drauf, auch. Ich gehe mal in die da, geradezu. Gleich. Na, wo ist sie denn? Da müsste blocken jetzt mit dem... mit der freien Fläche. Wo ist sie denn? Da. Ja, diesmal. Mit Twig oben drauf, oh Gott. Ich meine, wenn es in der ersten Stunde vielleicht versehentlich passiert. Aber irgendwann müssen wir da mal mitbekommen, dass da oben Twig ist. Oder der will er ausbauen noch, nach oben. Aber dann mache ich wenigstens Holz. Ich wollte gerade sagen. Da ist jetzt bestimmt geringelte Schlange oder so. Wie gesagt, die Metallbase können wir uns angucken, aber die Steinbase würde ich nicht mehr raiden. Ich meine, da schon alles um die Kayn ist. Da ist doch lieber eine Tür offen. Ja, das meine ich doch. Zwei Türen sogar. Das ist wie eine Müllbase. Ich lande hier. Sollen wir hier schon einen Schlafsack legen oder woanders? Ich habe Schlafsacken müssen, weil wir da auf dem Berg platziert haben. Was wollen wir die jetzt aufmachen? Wir machen jetzt die Metallbase auf, als erstes. Ich stehe da noch ein Versteck. Ich habe jetzt einfach meine Toms und Tessie mitgenommen. Aber ich habe meine Sachen da versteckt. Ja, kein Start, klar. Hast du dein extra Monument, Johanna? Nein, habe ich nicht. Nein, nein. So hast du. Safe. So, dann kommen wir da. Eine Rakete. So, Martin. Eine Baster. Ich weiß ja noch, wie er heißt. Zwei Namen, nicht einer, welchen Lese, dann weiß ich sofort schon. Wo willst du denn hin? Na, direkt in die Tür. Direkt in die Tür rein. Die Doppeltür. Ja, ist aber es ist die eine. Die nächste Tür ist offen. Eine Leiter ran, bitte. Ja. Für die Witze in Charlie. Äh, äh. Leider ist alles offen. Bunker Base, alles offen. Snow Base ist der Name. Da liegt er. Ist down. Ich weiß nicht, ob du... Ah, vielleicht Shotgun Trap, ja. Wer will, wer will, wer will, wer will, wer will. Warte mal, du, du gehst zuerst, Warpick. Du hast schon länger einen Schlafsack. Ja, okay. Ne, wieso denn? Lass doch alles drin. Du bist doch lootbar dann, hier vorne. Du musst die Waffe einpacken, genau. Jetzt ist die Frage, ist halt hier drüber. Ja, ich kann nicht looten, falls du da umfällst und erschossen wirst. Ne, da sind keiner. Keine? Ne. Ich seh keiner. Ja, dann rein. Oh. Gott, hat einer was zum Weghacken, dass wir die, ähm, Schlafsäcke wegmachen können? Naja, wir machen jetzt hier bloß den Hut und... Oh, lala. Guck mal, wie viel Schwefel oben links. Ja, ja, ich gesehen. Kass, ähm... Nimmt das Wichtigste raus und dann... Okay. Hier ist ein komischer, großer Sarg, den wir da bestimmt haben, ne? Anni, und weißt du, was hier auch ist? Holz. Mhm. Sehr gut. Bisschen Muni, bisschen... Waffe hier, bla bla bla. Ich mache mal Schlafsack weg. Wer ist denn das? Ach, ich ist das. Okay. Sind eigentlich die Waffen, ich mach mal hinten den Dings kaputt. Warte, warte, warte. Hier ist Schrot finden, hier ist ein Schrot. Geht mal schneller so. So, jetzt müssen wir hier mal hier irgendeine Kiste wegmachen. Hier, die machen wir mal leer. Das kannst du hier mal weghacken. Äh... Das ist eine Snowbase, also vielleicht irgendwie eine Zweitbase oder sowas. Oh, da haben sie neue Pisten, die bei uns. Jo. Wenn hier einer spawnt, dann kann er die Tür zu machen, ne? Hoch, 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 hoch. Wir haben genug Arketen, um rauszubekommen. Okay. Komm einfach rein, Annie. Habt ihr auch dieses Süßes oder Sau geschlagen? Ja, das ist das hier. Spiel. Dann kannst du ja Süßigkeiten einsammeln. Ähm... Joa... Oh ja, nimm HQ mit, auf jeden Fall. Ja, ich bin voll. Achso. Oh, da, ja, warte, schlafen kann ich nicht mehr. Ja? Du musst reinkommen, looten. Jo, Moment. Teast dir und sowas. Oh, hier ist ne Kette. Oh, hier ist ne Kette. Ganze Kette Kohle, Alter. Also hier... Was soll ich den Hauptwissen wegnehmen? Ähm... Na, guck mal, zum Beispiel, über dir und die Sea... Dein... Hesmet brauchen wir jetzt nicht weg damit. Also eine Menge Sachen, die Schrott geben, also... Kräfte abklingen. Ach, jetzt sammelt ja echt einer Süßes ein, Alter. Äh, natürlich ne Menge. Ja, die ganze Zeit schon. Einer hat eben schon über 180. Die Custom will ich noch mitnehmen. Was soll ich denn wegwerfen? 20 Rohre weg. Guck mal gleich mal, wie alles online ist. Sehr interessant. Also ich hab 400 Lowgrade. Bestes Spionage im Programm. Ist wirklich so... Oh, der war aber heute auch online, wegen Event und sowas. Oder gestern Abend. Ey, das ist alles ein... Oh, komm, jetzt würde ich auch mitmachen hier. Oh, ich kann nicht... Odi, wir haben zuhause einen Eimer und so, alles gut. Sind voll... Äh, hier ist auch noch Tourette. Nehme ich mit. Mhm. Äh, hier enden hier ne Menge Steine. Kannste so Stein bauen. Ich bin voll. So, dann mach ich das halt. Mit Steinbarrikaden. Oder ich kann die Bandage noch wegmachen. Wir brauchen doch nichts weiter. Ich muss auch bleiben. Doch, wir brauchen ne Menge Steine, ja. Und gut, nix mehr. Ich versteck noch und looten. Hier ist Raketenwerfer drin. Ja, hab ich gerade eingefahren. Achso. Weil, äh... Wie gesagt, ich wollte Steinhänger. Öff, dann mach ich da rauf. Ne, geht nicht. Braucht ihr nur den Sarg, oder nicht? Weil ich schmeiß die weg. Ne, ne mit, ne mit, oder? Ist doch ne gute Giste. Ne, 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 scheiße, 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 scheiße. Ich stehe bei der Zweier. Oh, die weg da! Ah, fuck, 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 fuck. Was ist da rausploppen, du bisschen Scheiße? Komm, Annie, wir gehen schon mal Richtung der nächsten Base-Renten. Die Steinenbäuer wollt ihr auch noch aufmachen? Ja, ich will wissen, ob der Knallkopf da drinnen wohnt oder ob der sich woanders hingebaut hat. Einfach nur, weil wir es haben. 78, Alter. Und wenn man denn gewonnen hat, was hat man davon? Du kriegst noch mehr Belohnungen. Dann kriegst du noch ne Belohnungen. Erster, zweiter drunter Platz. Dann kannst du Dinge aufwerten und wenn du das höchste hast, dann kannst du das aufmachen und dann kann dann zum Beispiel M2 und sowas drin sein. Also richtig geiler Scheiß. Die Musik. Ja, weil jetzt die Wand vorbeigeht. Echt? Ja. So, Raketen erfahre ich wieder. Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen... Ist das die Base? Das ist die Base, ja. Okay. Ich würde sagen, du stellst dich hier hinten rauf und schießt da rein. Nochmal? Boah. Ja, da, ne? Okay. Der Flächenschaden müsste eigentlich, äh, weit genug weg sein. Hat einer von euch eigentlich die Öfen kontrolliert? Nö, hier in den Öfen ist auch noch rum, eine Menge Metall. Ja, Metall, bla bla. Und Schwefel? Ja, mach los. What? Sorry, da sind die laut. Naja, das sind nur kleine Mücken, ne, die wir geschossen werden. Oh, warte mal, das mach ich, äh, mit Explo. Hört sich ja jetzt 1 zu 1 an, wie der Heli, wenn er schießt. Haha, trocken, lass die Tür auflassen. Oh, Mann. Ähm. Ist heute Tag des Türen auflassens oder so? Und davon, wenn sie so safe führt. Ja, dann mach mal ne Leiter, ähm, oder, äh, wofalls gib mir ne Leiter. Ja. Ich, oder, kann ich ja, ich kann. Also ich hab 4000 Schwefel geschmolzen, dann nochmal fast 2000 Rohres und 1100 Schießpulver. Okay. Okay. Äh. Äh. Kommst du da gerade? Alter, Sack, was du kommst. Eini, kriegst du hin von hier, da hinten reinzusch... Ne, kriegst du bestimmt nicht hin, oder? Doch, du müsstest hinbekommen. Da reinzuschießen, dass die Tür, ähm, Schaden bekommt. Soll ich mit Raketenwerfer? Naja, äh, ist mir egal wer, wenn man so... Aber ey, jach dich nicht hoch. Ja, gut, reicht. Jetzt hab ich wieder einen Inventarplatz frei. Wo ist denn der Drecksbauer? Naja, Schwefel. Ich geh auch mal rein. Mal, ich mach noch schnell die, äh, die Bank kaputt. Alle, alle haben hier ne Zweier, ey, Wahnsinn. Auch mehr Schießpulver. Presslefarmer, ja, ja, dat ist er. Der Presslefarmer ist von uns. Ah, was soll ich hier weg tun? Äh, Stopf. 500 Lowgrade, Junge. Was, Stopf? Stoff. Für, äh, Schwefel. Also ist das hier so ein Eingang und... Da ist er rein. Ockt der noch irgendwo? Liegt der noch irgendwo da drinnen? Können sollen. Keine Ahnung. Ne, neuer Schalli. Ist das hier Honeykommen oder soll kein Honeykommen? Die Frage. Oha, er hat auch noch ne Menge, äh... Hier, wie heißt das? Schrott und so dabei. Also wer immer Schrott von euch hat, kann das ja auch mitnehmen. Also Schrott von, von dem einen TC. Enya, hast du Schrott von dem einen TC eben mitgenommen? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ach so, okay, gut. Oh, Metall. Ich bin... Oh, war... Müll, okay. Na ja, haben wir seine Scheißputze gefunden. So, und du? Na, ab nach Hause. Wissenvoll. Also ich bin voll wie... Schwefel, wie weiß ich nicht was. Hm. Passt mir grad irgendwie nicht so. Dass ich den nicht gefunden habe. Na ja. Kann ja sein, dass er da noch drin liegt irgendwo. Oder er hat F1 Kill gemacht. Heli ist da? Äh... Der Heli war da unten. Ja, ja, stimmt. Ich war jetzt schon wieder bei dem Typen da oben. Na ja, dann... Fliege ich jetzt erstmal den Ersten nach Hause. Wen soll ich fliegen? Ich hab's meist Schwefel und somit so... Also wahrscheinlich mich, oder? Na klar. Ja, dass mir wurscht macht. Und 499 Crude Oil, also rohes Öl hab ich noch. Versteck mich hier in den Felsen. Okay. Gut, dann machen wir erstmal Cut kurz. So, Bonus. Wie wenn jetzt noch eine Butze wegmachen? Ach, scheiße. Ich dachte, die ist hier vorne. Die ist dahinter erst. War ein Katsch, war ich mir jetzt. Wie wir da gesehen haben. Aus Metall mit dem tollen Twig. Dreieck. Du hast gesagt, du hast 3 Leiter noch, ne? Äh, hier liegen knappe Schwefel-Erz auf dem Boden. Also... Wie war's? Schwefel-Erz auf dem Boden? Ja, hier lag 75 Schwefel-Erz auf dem Boden. Also, als hättest du die mal schon gelootet. Oh, da wird's vielleicht neu geraten. Da war halt hingedropping. Also, die Base ist neu. Welche Base? Die wir jetzt raiden wollen. Achso, ja, ja, diesmal ja. Leg aber vielleicht doch direkt... ...oseite, aber... Ja, da hat er ja nie gar so eine... Wie viele Raketen waren nochmal so eine Metalldecke? Die Metalldecke waren... ...8 Raketen. Ja, so klar. Oh, ne. Dann geh ich durch die Tür lieber, ey. Ganz ehrlich. Dann machen wir mal von unten, weil die Leitern ja nicht reichen. Eine zum Hochspringen. Dann eine, um aufs zweite Dach zu kommen. Dann sind wir ja so gesehen drinnen und müssen ja uns wieder rausleitern. Ja, aber die zweite, also die dritte Leiter in der Base an sich kannst du ja ein bisschen höher setzen. Oh Gott, was hat er hier gemacht? Guck mal, hier ist ein Dreieck. Da können wir, äh... Dreieck. Das ist auch noch so. Ja, unglaublich. Ja, dann setzt man da oben eine Rasse ran. Äh... Also das hier ist wahrscheinlich ein Lootraum oder so. Einfach, bumm, da ran. Okay. Nicht die Raketenwerfer. Die hat eine Seite, ja, oder? Genau. Dann... Oh. Hier ist irgendwas angeschlagen. Ja, da oben. Ja, da oben. Oh, Junge. So, dann mach mal einen Twig weg und dann guck mal rein da. Okay, ich mach's selber. Boch, Mann. Ah, okay. Wir müssen doch hier rein. Halbe Wand. Scheiße. Also eine Rakete bitte auf die Tür. Ja, ist okay. Mach ich. Vorsicht. Ja, mach. Unten sind Türen. Online Raid. Off... Ja, online. Das ist nicht gefährlich, ne? Oh, Junge, der mit dem Bogen. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Hier, hier. Annie. Raketen, ihr Beete. Da in die Ecke. Da rein. Da. Ich weiß nicht, ob der shotgun Traps da hat. Das ist nicht gefährlich. Aua. Das ist nicht der einzige... Oh, ja. Du musst treffen. Deine Ecke. Da. Da hin. Ja, Audio. Weg. Nein. Gott. Jetzt konzentrier dich mal, Alter. Annie, komm. Nicht schießen mehr. Nicht schießen mehr. Annie, komm. Auch Annie, komm. Hier. Alles. Die Decke hat ja schon ein bisschen Schaden bekommen, hier. Gut. Dann weg. Schieß da rein. Da. Okay. Okay. Achte. Töte dich aber nicht. Annie, ich hab grad gesagt, töte dich aber nicht. Nein. 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 Alter, ich legge. Da werden keine Raketen mehr. Komm nach. Ich hab noch vier. Ich loot ihn schnell, bevor er den irgendwie von hinten looten kann. Annie, hast du keine Raketen mehr damit gehabt? Ja, ich hatte doch nur vier oder fünf. Die sind auch, die hab ich doch locker jetzt eben verschossen. Oh, ich dachte. Ich hab noch vier. Warte, Rudi, ich mach. Na, mach jetzt aber auch endlich. Was denn jetzt? Schieß rauf. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Noch mehr Annie, komm. Noch mehr Annie, komm. Warte mal Annie, soll ich noch einen Leiter mitbringen? Äh, nee. Nee. Geh weg, dass du die einbrichst. Soll ich noch eine Rakete schießen? 87, schieß mal eine Rakete noch ein, ja. Klar, wo es brennt, ne? Ja. Weg da. Oh, er brennt erst mal ne Runde. Du schwebst in der Luft. Ja, ich lecke! Haben schon mal die Schlafsäcke von dir. Und den TC haben wir auch. Und wenn der Schackgann-Tweb hat, ist er jetzt selber geknickt. Soll ich ne Rakete? Oh, fuck. Ich hab ein, ein Arme getötet. Getötet? Ja. Äh, schieß da ne Rakete rin. Ja. In die Ecke bei den Waffen. Äh, bei den Türen. Hab Mitmarker bekommen. Achso, das war der Schlafende. Soll ich noch einer? Wegen der Garage-Tür? Soll ich? Nee, warte mal. Ich hab Leitern. Warte, ich platziere. Äh. Geht nicht. Oh, da ist Greaseport! Wie viele hatten die noch? Noch ne Rakete würde in die Tür rein da? Oh, da hast du natürlich nicht sov gesetzt. Ich hab da noch eine. Ich weiß nicht mal auf den Schlagfack drauf. Hast du geleitert? Äh, geledert? Ich hab geleitert, ja. Ja, hau mal kaputt. Ich hau mal kaputt. Ja. Ja, Müll. Steine. Plätschel. Haku. Essen. Ne Menge. Ah, wow. Schwefel. Und Rohre. Wie hießen die denn? Hab ich noch nie davor gehört. Aber der eine hatte 300 Schrott mit. Oxling. Alter, das sind drei Leute gewesen, ne? Sun Black. 66 hat Kuh. Das sind vier Leute! Ey! Das sind vier Leute! Ne, zwei. Einer ist Greaseport eben. Sun Black. Yisago. Sun Black. Sun Black. Ah, zweimal Sun Black. Oh, die, ey. Okay, gut. Na dann... Oh, hier. Nochmal 400 Scrub. Kenny's Helden-Aktion, ey. Naja, was soll's? So, jetzt muss ich nur an den PC... Ich komme mit Pferd. Noch ein bisschen Haku. Noch mehr Schwefel. Noch mehr Haku. Boah, jetzt weiß ich jetzt weg hier. Lowgrade weg. Ja, ich hab halt noch endlich Sachen mit dem Hunter. Ich war drauf wie neben. Alles da. Ah, jetzt, äh, ich seh's schon mit'n Pferdchen. Noch mehr Haku. Der mit dem Bogen ist weg. Ach, Andy, ey, du bist aber wirklich so'n Held, ne? Oh ja, ich dachte, ich wäre weit genug weg. Aber anscheinend... Also, Andy, das war ja wohl nicht... Was stand's direkt daneben? Ich wollt grad sagen, das war ja nur wirklich nicht weit weg. Hier, Eddie, zieht dir aber wieder was Ordentliches dran, ey. Hier kriegst all deine Sachen wieder. Ja, irgendwie müsste ich mich jetzt schlecht fühlen, weil... Es... War keine Gegenwehr, aber andere Seite, ich leck mich noch im Arsch, leider. Äh, hatte der nicht sogar eben ne Waffe in der Hand, der da stand? Ne, anscheinend nicht. Das sah nur so aus. Es war wohl wie nur so'n Bogen oder irgendwas. Es... Hä? Ja, dann könnt ihr wissen noch Steine mitnehmen. Haben wir Kohlemangel zu Hause? Nö. Nö. Gut. Hab ich nämlich Steine mitnehmen. Nimm mal ein bisschen Schrott. Oh, Mann ey, wir machen uns hier echt ne Menge Feinde. Äh. Egal. Äh, wer ist draußen im Wasser? Ich bin draußen im Wasser. Habenste? Achso, wer wartet? Ich hab noch... Äh... Wie viel Sprengbunni hab ich denn noch? Neun Schuss? Ne, das ist blöd. Äh, nun komm doch eigentlich. Komma, ja. Ja, da hat einer schon die großen Ofen geguckt. Das leere. Okay, da war noch Holzer. Naja... 167 geschmolzenes HQ, 750 ungeschmolzenes HQ, 185 Squib, 1, 2, 3, 4, 4,5k Schwefel, Satchel, Komponenten. Äh, 1,000 Schwefel, super. War so etwa nicht... Nicht gut der Raid. Ja, 1,000? Wieso? Ich hab dir grad gesagt, ich hab hier 4,5.000. Ne, ich hab noch mal 1,000 Schwefel. 5,5, naja. Ja... Immerhin haben wir ein Online-Rate. Wenn auch halt jetzt nicht so... Wow... Online-Rate, aber immerhin war es meiner. Ähm... Grüne Kiste, mal gucken, guck mal schnell. Hier ist noch ein Pferd, wie jemand er möchte. Klappt's aber nicht. Oh, nochmal 16er Q. Oh, Eni. Hier, bei mir. Bei dem Auto, hinter dem Auto ist ein Pferd. Können wir hier noch drinnen? Ja. Geht's aus? Okay. Dann bist du ein Pferd? Okay. Ja, dann machen wir morgen den Rest. Also den Nachbarn und diese Butze da hinten rechts. Wen hat ich dir denn eine Stiefel gegeben? Äh, 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 was? Hä? Ja, hast du. Ah, gut. Höldauer ziegern hier an. Hm. Oh Mann ey, die Arm. Nö, mhm. Da ist drauf, so lernt man's halt. Wie viel Schrott hast du? Äh, 4,93. Ich hab nochmal 325. Du siehst du. 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 Hey man. Einfach nicht reden. Einfach nicht reden. Einfach Rakete. Gut, ich sag mal mit den beiden Raids zusammen, würde ich immer noch sagen, wir haben Profit gemacht. Mit den drei Raids, Röger. Röger? 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 Rache haben wir auch gekriegt. Wir haben den Arsch gefunden. Das ist deine Base. War aufgemacht. Also immerhin, ne. Jetzt haben wir erstmal keine Steinprobleme. Fürs Erste. Ich merkst du wär voll. Gut, das passiert nicht mehr. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir reingehauen. Und ihr lieben Hater, ne. Schreibt euch rein. Ey, ihr seid so assigigen. Die haben wir nicht gehabt. Ist mir scheißegal. Leck mich. Tschüss. Ciao. 6 5 2 Untertitelung des ZDF, 2020